kann eben oder Moffa durch Wende schießen das nicht mehr seit Modem auf der 1 Prozent Prozent Blumblum Blumblum Norbert Hilfe Wer hat dann gemacht und ich will es gar nicht wissen doch ich doch ich will es wissen wenn ich ihn abknallen kann so wissen wo er ist ich glaube da auf dem Dach und seiner ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt ich kann sehen wie Rochas über die Dächer rechts von mir läuft da rein nein ich nehme nicht die AK jetzt bist du tot dahinter was war das denn bitte ich habe zuerst geschossen und ich werde verletzt klar sehr wenigstens tot er ist nicht mal tot mit diesem Land er kennt das Gebiet tot aber wir können ihn einkesseln nicht nachlassen ich freue mich auch ab ich hau ab wo 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 in diesem Level sind so viele Gegner auf Dächer und deshalb hat sich die sind alle auf Dächern das ist so zum Kotzen gut nicht alle sind auf Dächern aber die meisten die meisten auch nicht aber viele so das ist die richtige Zeichnung viele hier ist es so elendig und könnte denn das Elendswertel warum sind wir im Elendswertel Elendiges Scheiße und warum lebt hier keiner kann nicht sein dass hier keiner lebt oder so komm ich da drauf nein verfickte hat mir jetzt nicht sehr viel gebracht doch hat mir ja hier nachladen 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 da fallroten über mir über mir mit euch ab über mich gehen die ich bin man ja krise und ich bin hier wo seid ihr eine schrotwind die wir nicht brauchen hier ich zeig's euch mal habe ich das eigentlich schon keine Ahnung und so lebt man was 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 die immer die schießen sich immer irgendwie weg die weg es ist doch da hallo ich hab doch getroffen was soll das denn ihr verarscht mich doch alle mann Gott sowas kotzt mich an man kann nicht selbst speichern das sind mal diese verfickten Checkpoints die am Ende der Welt sind Mann jetzt schießen die schon wieder auf mich hört doch mal auf damit was hab ich euch denn getan ich habe euch nichts getan seid ihr so dumm ihr schießt einfach auf andere Leute oh mein Gott ihr habt so viele Ballerspiele ich bin nein Quatsch ähm komm raus oh wenig Amo brumm brumm waaam das hat richtig schön bumm gemacht so seid ihr tot ah ja ich gehe einfach ich gehe einfach ich gehe einfach ich gehe einfach ja genau das war eine gute Idee einfach zu gehen hätte ich eher machen sollen ja den könnten wir jetzt anschießen aber dann wäre das Spiel vorbei wir könnten auch angeschossen werden dann ist das Spiel auch vorbei weiter ranger das ist eine doppelte man schießt mit beiden Maustaus mit der linken Unterricht zielen ist nicht bei der ich bin doch ich denke ich kann euch mal hier nicht treffen da ist ja noch einer genau man sterbt oh bist du runtergefallen oh das ist blöd ich kann mich nicht ich kann nicht schießen während ich auf der Leiterin das und ihr Ball hat einfach alles raus obwohl ich gar nicht mehr da bin ihr seid ja bescheuert was jetzt kommen die von allen Seiten was soll das denn sind die blöd der bewegt sich jetzt übrigens so lange nicht bis wir den bis wir bestimmtes Gebiet durchqueren bis wir den Träger durchqueren bis wir halt an dem Träger an bestimmten Träger natürlich wusstet ihr der da noch war? da war noch einer drauf da ist er da versteckt euch doch nicht immer auf den Dächern ihr Feiglinge das kostet nur Zeit Gott mein Gott das ist auch das ist echt saufeige okay zwei Granaten das ist das sollte es gewesen sein ich habe zwar keine Explosion gehört aber die Explosion ist in dieser Leser über die Feiglinge die sich auf den Dächern verstecken die sehen sogar alle gleich aus was sind das Klone Klobauer Stau Salern zu voll um mehr Modelle zu machen als für jeden auf jeden Fall machen sie wieder ihre ich kann auch einfach drauf dieser Todesaktion das ist die zu mir zu kommen so ein weiterer hallo was hat das der Welt dieses Spiel kostet mich gerade so was von an glaubst du gar nicht ne weißt du ich mache Schwierigkeit runter ich war auf Sylt Neuer ist kein Wunder dann das ist doch jetzt in Ordnung da komme ich auch eine Warnung wenn man Magazin leer ist bringt mir zwar überhaupt nichts beziehungsweise weil ich ihn anwarte soweit ich einmal so er wollte einmal schossen also nicht einmal geschossen so Sonder nachdem ich ja die Gnade ich glaube ich erledigt haben wollte kann mich die Granate ich probiere es nicht aus Soldat töten an die Granaten nicht sofort oder ich bin auch seltener ich bin auch schön bescheuert ich bin wunderbar um diese Blödsinn je höher der Schwierigkeitsgrad ist so unrealistischer wird das Spiel ist wirklich so epic win solche Feiglinge das dumme ist je höher der Schwierigkeitsgrad ist ne je niedriger der Schwierigkeitsgrad ist das sind länger verstecken die sich glaube ich das ist für nach ja schießt zweimal und geht dann Dreck wieder Deckung jetzt schon weißen die schon Granaten kommt mich gerade so richtig an bis zu dort hier sonst wird sich die Waffen bewegen aber die bewegt sich ja nicht müssen wir überhaupt hin ich hab das Spiel äh ich hatte diese Level wollte ich sagen nix mit Spiel eine Heine auf keinen Fall runter meine Munition wird gerade knapp sich gerade falsch meine Munition wird knapp sich gerade so das ist richtig schlecht texturiert nicht pixelig ist alles pixelig irgendwie ist nicht alles pixelig nur von der Ferne sieht das einigermaßen gut aus und das soll ich wenig Mühe geben so bist du auch oder was da kommt auch her oder habe ich alle erledigt ich hab doch nicht alle erledigt na egal oh